Hallo liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum 18. Podcast des Klinikums Fürth im Rahmen der Corona-Pandemie. Mein Name ist Manfred Wagner, ich bin medizinischer Direktor und Leiter des Krisenstabs. Ja, es ist ja wieder Wochenende und da gibt es von mir, wie Sie es ja schon kennen, keine Corona-Neuigkeiten, sondern eine Geschichte für Sie. Die Quelle der heutigen Geschichte kenne ich leider nicht und ich habe sie auch noch ein bisschen umgeschrieben, aber insgesamt hat sie mir sehr gefallen und für mich zeigt sie eine Haltung, die ich uns allen in dieser Zeit wünsche. Sie heißt Zwei Männer. Zwei Männer, beide schwer krank, lagen in einem gemeinsamen Krankenzimmer. Der eine durfte sich jeden Tag in seinem Bett eine Stunde lang aufsetzen, um die Flüssigkeit aus seiner Lunge zu entleeren. Sein Bett stand direkt am Fenster. Der andere Mann musste den ganzen Tag flach auf seinem Rücken liegen. Die Männer plauderten stundenlang ohne Ende. Sie sprachen über ihre Frauen, ihre Familien, ihre Berufe, was sie während des Militärdienstes gemacht hatten und wo sie in den Ferien waren. Jeden Nachmittag, wenn der Mann in dem Bett beim Fenster sich aufsetzen durfte, verbrachte er seine Zeit, indem er dem Zimmerkameraden alle Dinge beschrieb, die er außerhalb des Fensters sehen konnte. Der Mann in dem anderen Bett begann geradezu für diese Einstundenintervalle zu leben, in denen seine Welt erweitert und belebt wurde durch Vorgänge und Farben der Welt da draußen. Das Fenster überblickte einen Park mit einem reizvollen See. Enten und Schwäne spielten auf dem Wasser und Kinder ließen ihre Modellboote segeln. Junge Verliebte spazierten Arm in Arm zwischen den Blumen aller Farben und eine tolle Silhouette der Stadt war in der Ferne zu sehen. Als der Mann am Fenster all diese Dinge in wunderbaren Einzelheiten schilderte, schloss der Mann auf der anderen Seite des Zimmers seine Augen und stellte sich das malerische Bild vor. An einem warmen Nachmittag beschrieb der Mann am Fenster eine Parade einer Blaskapelle, die gerade vorbeimarschierte. Obwohl der andere Mann die Kapelle nicht hören konnte, konnte er sie richtiggehend sehen. Mit seinem geistigen Auge, da der Mann am Fenster sie mit solch eindrucksvollen Worten beschrieb. Tage und Wochen vergingen. Eines Morgens, als die Schwester gerade kam, um die beiden Männer zu waschen, fand sie den Mann am Fenster leblos vor. Er war friedlich im Schlaf gestorben. Sie war traurig und holte den Spitalsdiener, damit er den Toten wegbringen würde. Sobald es passend erschien, fragte der andere Mann, ob er jetzt in das Bett am Fenster wechseln könnte. Die Schwester erlaubte das gerne, und sobald er bequem zu liegen schien, ließ sie ihn allein. Ganz langsam und schmerzvoll stützte er sich mühevoll auf seinen Ellenbogen, um einen ersten Blick auf die Welt da draußen zu werfen. Er strengte sich an und drehte sich zur Seite, um aus dem Fenster neben dem Bett zu sehen. Zu seiner Überraschung sah er nichts von alledem, was ihm sein verstorbener Zimmernachbar geschrieben hatte. Gegenüber dem Fenster war eine kahle, graue Wand. Der Mann rief die Schwester und fragte sie, was seinen Zimmerkameraden dazu bewegt haben könnte, so wunderbare Dinge außerhalb des Fensters zu beschreiben. Die Schwester antwortete, dass der Mann blind war und nicht einmal die Wand gegenüber sehen konnte. Sie sagte, ich glaube, er hat gespürt, wie gut ihnen seine Gedanken, Bilder und Beschreibungen tun. Vielleicht wollte er ihnen einfach nur etwas Gutes tun und sie aufmuntern. Dann verließ sie das Zimmer. Unser Patient blieb alleine in Gedanken versunken zurück. Und wenn sich die Schwester noch einmal umgedreht hätte, hätte sie ein lächelndes Dankes auf seinem Gesicht gesehen. Ja, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und alle Zuhörer, Lassen Sie auch uns diese Haltung dieses blinden Patienten annehmen, uns gegenseitig immer wieder unterstützen und somit gut und gestärkt, vielleicht auch immer wieder ein bisschen aufgemuntert durch diese Zeit gehen. In diesem Sinne bleiben Sie gesund und zuversichtlich. Ihr Manfred Wagner Bis zum nächsten Mal. BUNDLE Ja. Oder BUNDLE Ja. BUNDLE